Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Deadline, also GTA Online, ja der neue Spielmodus und wir haben dabei den lieben Playgestalt, die liebe Katze und einen anderen, der Lappen hat das Ding bekommen. Der liebe Roy. Hallo Roy. Wo sind denn die Scheiß-Items? Warte, ihr habt den in der letzten Folge gesehen. Katze, das war ein törichter Fehler. Und bleibt dabei jetzt, obwohl ich jetzt der Letzte bin, ja. Du bist der Letzte? Ich hab hier nur so was rausgefahren. Ich weiß, das war auch mein Ziel. Aber wir müssen jetzt mal auf Patrick. Was? Ja, ne, der wird kein Problem sein. Ey. Ah, du bist auch gestorben? Nein, du bist nicht. Ach man. Wow. Weil ich sehe ich nur. Ja. Ja, muss halt mal besser gucken. Aber guck mal. Aber du bist die pinke Schlampe da, oder? Hallo Katze. Oh. Huh. Ja, 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 Patrick. Oh. Na, was hat er denn da wieder vor, der kleine Schlinge? Nein, 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 Ryo. Nein! Oh, safe. Leck meine Eier. Leck meine Eier. Na, der Drecksack. Wie hab ich nicht erst geschafft. Ich war auch mit dabei. Nein, 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 nein. Hä? Ich meine, meine Banane geht nicht. Achso. Was für eine Banane geht nicht? Ich bin gesprungen. Ja, gegen die Mauer. Oh nein! Ja, an der Wand. Hahaha. Hi, Tommy. Hahaha. What? What? Hey, Patrick. Hi. Was? Hi, Patrick. Was? Ich bin drüber gesprungen. Nein. Ryo, ich komme. Hey, ich kann kein Gas geben. Jetzt kann ich wieder Gas geben. Junge, ich bin einfach gesprungen. Hi, Patrick. Hey, wie scheiße war das denn? Ich konnte am Anfang kein Gas geben. Wir sind erst ab. Nein, ich und Ryo sind noch erst ab. Ja, scheiße. Ja. 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 Der Esel nennt sich immer zuerst. Nein, nein. Hahahaha. Ups, Tommy. Ups. Zwei Erste. Ne. Leute, ich bin aber schon auf das Leiche gesprungen. Nass. Nächstes Mal bitte weg wollen. Nein, nein, nein. Was? Blägestalt ist nicht letzter? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Doch, meine Katze. Nein. Nein. Nein, 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 nein. So nicht. Hallo. Nein. Was? Ja. Gott not. Alter, ich hab ne Millimeter davor gebremst. Wow. Wow. Nein. Nein. Meine Katze. Meine Katze. Oh nein. Dieser Spiel muss. Ich liebe ihn, Leute. Ich liebe ihn. Nein. Oh. Ich hast ja diesen Map hier. Zu gut, dass er seine Spuren ist bekommen. What? Ja. Alles klar. Ich glaub mein Moped ist zu langsam. Wie kann man auf der Map selbst not begehen? Nein. Ja genau. Ja. Manche Stelle kann man durchfahren. So. Weiter. Bisschen konzentrieren. Fokussieren. Nein. Wie abfuck ist das denn bitte grad gewesen? Woa. Zeig Fokus und los. Eeeeh. Nein, ich flieg raus. Nein. Ich flieg meinen Leben. Wie er sich freut bei der Meinquill macht. Boah. Fast selbst getötet. Mein Leben, alter. Nein. Das ganze? Das war doch ein bisschen. Nee, nur das halbe. Meine Katze. Ich glaubste, du kannst es wirklich. Ja. Entschuldigung, ich muss mal kurz kotzen. Vergiss das Atmen nicht. Oh mein. Du wirst mich verschei... Oh mein. Du wirst mich verschei... Du wirst mich verscheißen. Faire Scheißherrin. Oh, danke für das Loch hier. Maaaain. Maaaain, du Spacko. Nein, der Kessel, du Herrn. Was für ein Kessel? Nein. Von Funifresh. Nein. Die Kesselchips. Bist du voll hart? Der ist voll hart. Hab ich nicht gesagt. Wow. Katze. Hallo Katze. Sorry Ryo. Fick nicht Katze. Fick. It's just personal. Wollen wir abziehen? War fast aus Versehen. Nee. Nee. Das gibt es nicht. Hör mal. Mafuyu. Doch. Mafuyu? Nicht dein Ernst. Er hörte sich grad vor so an. War das so ein Speed? Äh, nein. Ich wollte grad eigentlich hier oben auf diesem Rand fahren, aber da hast du leider Gebietzüberschreiter. Oh. Nein, kannst du nicht in der Kurve. Das ist böse. Oh, in der Kurve. Da war das Eichhörchen wieder. Ryo, wir müssen auf Schafflers. Wir müssen auf Pink. Was? Nein. BITCHES! Was? Okay, BITCHES. Oh yeah. Ja, das hat Play gestellt. Ups. Bist du gerade nicht durch, äh, Ryo's Linie gefahren? Ja. Äh, Patrick? Oh, verdammt. Was? Oh yeah. Was bin ich? Durch Ryo's Linie gefahren. Nö. Alter, ich hab so nen Hunger. Was hat denn das jetzt mit Ryo's Linie zu tun, dass du Hunger hast? Äh, Katze, wir müssen Tommy ausschalten. Deadline macht hungrig, Leute. Wow! Was? Scheiße! Alter, ich bin mit nem Kopf durch deine Linie. Warum springt ihr der nicht hoch genug? Wozu hab ich denn den Scheißsprung, wenn's eh nicht funktioniert? Ja, wir können. Das ist doch scheiße, Mann! Das ist doch scheiße, Katze. Das ist doch scheiße, Mann! Nein, jawoll. Brave Katze. So, so bist du geliebt. Ja. Und, Patrick, dir schneid ich den Weg ab? Mir ist egal. Schneid doch den Weg ab. Boah, Katze ausgeschlossen. Nein, nicht richtig, Alter! Katze! Gute Einstellung. Katze? Du hängst nicht an deinem Leben, oder? Nein, Katze, 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 Katze! Komm her, liebe! Ach so, Rylootix ist ja schon weg? Was für ein Mann! Nee, ist echt! Scheiße, sie waren da nicht! Hätt' dich fast gemacht! Wie war das vor der Aufnahme? Oh, Junge, ich bin rausgetappt und dann war Kacke. Oh, nein, wir direkt zünden, Alter! Ah, ich hab gehofft, das funktioniert. Hat nicht funktioniert. Offensichtlich. Deswegen ist Ry so ruhig, ey. Man kann den gar nicht mehr hören, weil er schon draußen ist. Hä, was sagst? Jo! Nein! Jo! Seriously?! Ich hab ihn richtig rausgespielt, Digger. Jo! Nein! What?! Alter, Ry, hast du das... Alter, wie hat das funktioniert?! Alter! Alter! Du brauchst! Wie klappt! Alter, meine Pumpe geht! Ja, fuck! Ich wollte den Weg absperren. War doof, ne? Braucht keiner. Ja, das Zeitverlangsamen bringt irgendwie gar nichts. Ja doch. Was bringt dir das effektiv jetzt mal ernsthaft? Äh... Ja... Also... Alter, mein Magenknot. Da wohnt wohl keiner von uns rein, Katze, ne? Ja, Katze fährt nur im Kreis, weil er nur noch ein Lehmart. Ich schneid den jetzt ein bisschen im Weg ab. Alter, Katze! Katze, 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 Chameleon! Chameleon? Oh Gott, Schaflars bedürft zu singen. Nein! Besser ist es. Für alle. Alter, auf Katze! Ich kriege meine Ohrenkrebs. Nein! Meine armen Zuschauer. Was für Zuschauer das? Nur so 10 hoch. Ich nehm auch ne immer noch auf. Ach, du Lapp! Ja, 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 ja. Was ist denn hier der Views, die Schaflars? Mal ble... Wie kann denn der so sch... Wow, 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 nein, nein, Katze, so ist das aber nicht gut, oder? Scheiße. Warum geh ich eigentlich diesem Scheiß-Ding da hinterher? Karma, 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 Miau. Was? Turn an, wir Rapport! Ich verfolge ihn schon seit 3 Minuten. Nein! Nein! Oh, fuck! Ähm... Free und Russia? Yes! Das ist... Nein! Du musst einfach nur warten. Ja, du Ficker. Hey, Tommy, du Lappen! Ja? Die Fick! Ich hasse es am Controller! Da rutscht er immer so schnell ab! Ja, es ist am Controller. Ja, es ist am Controller. Ich will grad den Boost einsetzen, um ihm sein zu kontern. Dann wär voll in mich reingeballert. Okay. Kannst du einfach was, ne? Hallo? Hallo! 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 Wie hab ich das überlebt? Das frage ich mich jedes Mal! Oh, scheiße! Ja! Dass ich natürlich genau in der Ecke hängen bleibt, wo er dann... Scheiße! Aber immerhin nicht letzter! Yes! Wuh! Yes! Das ist geil, Alter! Das ist richtig geil! Das ist richtig geil! So, wir sagen... Achso, ne? Sie redet direkt... Äh... Ja, geht direkt weiter, du... Was laberst du eigentlich? Doch, wir werden die Kappen! Ja, okay! Es tut mir leid! Oh, ey... Einmal mit Profis! Einmal mit Profis! Einmal mit Profis! Nein! Doch! Oh, nein! Doch! Ryo! Ryo, sei leise! Achso! Alle mit Markenknoten! Aber Göttmar! So, ich bin dafür... Ich schalte jetzt die letzte Shuttlers aus! Ja! Also, ich wäre dafür... Wir gehen die erste auf... ...Briodotix! Nein! Häh? Hab ich dich weggesch... Mann, hab ich dich weggeballert! Oh, nein! Ich hab mir eine Spur vorher bekommen... Wie hast du hier gefickt, du? Ey, Katze, wie hast du's überlebt? Du hast mich gerannt... Hätte ich eine vorher bekommen, hättest du's nicht überlebt, Tommy! Nein! Achso, was? Das ist du, gegen den ich da gefahren bin? Ja, klar! Ja, ja, Katze! Ach, Gott! Hallo! Bye! Nein! Nein! Boah! Alter, was? Nein! Ich hab gedacht, ich bin so... ...cool und kann den Weg abschneiden... ...wär fast Zerrin seine Liebe! Du und cool sein! Eeeh! Ha-ha! Der hat gesessen! Ich hab' den Wiesen vor meinem Zohn! Na, fährst du raus? War doof, Rion, ne? Bastard! Hätt' ja klappen können! Ey, warte mal, ist der Boost hier kapiert, ne? What?! Ey, der Boost ist ja voll für die... ...voll für die Katz, wenn du da... Ja, Katze! Und da, was ist das? Hey, lass mich aus dem Spiel! Dann lass dich dich! Dann lass dich dich! Dann lass dich dich aus dem Keller! Ehh, ehhh... Dann lass dich dich aus dem Keller! Ich hab's überlegt! Weißt du, ich hab mich voll in meiner eigenen Linie gefangen, also ich bin die ganze Zeit im Kreis gefahren, aber ich hab zum Glück auch einen Sprung gehabt. Verhungern lassen! Ja, im Keller. Schon wieder? NEIN! Oh Mann! Ja, natürlich! Danke, Ryo. Oh, kauf das. Kauf das. Ey Katze, ich will den Booster, ne? Soll ich den Booster? Kamma, 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 kamma. Den, den du jetzt nicht bekommst. Ey, ich bin durch die Scheiße. Leute, wir haben noch 10 Leben, ne? Ja, das ist mir doch scheißegal. NACH KOMM, LECK MICH DOCH AM ARSCH, MAN! Leute, wir müssen auf Schaft lassen. Das interessiert ja keine Sau außer mir. Oh, junge Katze. Haha. Wir haben noch Noob-Schutz gehabt, unser Noob. Noob-Schutz. Verdammt, hast du noch 10 Leben. What? Fick die Henne, man. Nein. Doch. Immentaler. Wie sowas gibt's in Österreich? Wer kommt aus Österreich? Ey! Wuh! 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 Boah, was? Playgestalt! Ich weiß! Wie was? Du warst doch voll drin. Leider! Komm doch jetzt mal zu mir! Okay. Ja, viel zu früh eingesetzt. Hm. Ich muss da irgendwie ja nicht ankommen. Alter. First Drops. Die macht sich. Wer? Ja! Oh! Ich kann und lachen! Wuh! Was ist dieses für ein scheiß Spiel mit dem fucking Sprung, Mann! Alter, dieses Spiel! Ich liebe es! Ich liebe es! Dieser verkackte Sprung, Mann! Ich würde sagen. Ich würde sagen, ich gehe mit voll, voll Leben. Ist das dein fucking ernst, Ryo? Wie hast du das jetzt geschafft? Hör einmal kurz, äh, Goppenhauten wieder auf. Ja. Scheint wohl fast so, ne? Ne, ich hätte einen Jump. Patrick, warte auf mich, ich bin hinter dir. Scheißegal, warum hat er das Item nicht eingesammelt? Warte, ich komm, äh. Hey Katze, das war jetzt nicht so klug, oder? No! Ryo, du bist, du bist durch die Linie gefahren. Nein, ich bin geflogen. Wow! Oh! Achso, ja. Kann mir die Linie einfach mal her. Oh, ich hab das. Ich hatte noch neun Leben. Nein! Acht, ich wiederhole. Acht. Ich hab nicht nach vorne geguckt, ich hab mich auf Patrick konzentriert. Ich hab's gemerkt. Könntet ihr mal aufhören, mich ins Visier zu nehmen die ganze Zeit? Ich gehe hier die ganze Zeit drauf und keine Sau juckt's. Dass du bei mir reinfährst, dafür kann ich nichts. Nein! Da kannst du sehr viel für. Ich hab nicht einen Kill, glaub ich, in der Runde gemacht bisher. Ich hab nicht hingeguckt. Nein! Du Lappen. Jürgen, mein, 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 mein D klemmt, oder? Ey, das geht nicht. Jürgen, mein D klemmt. Ich kann nicht, ich kann nicht runterlenken. Was? Respawn, Respawn-Modus. Oh, lol. Was? Nein! Oh, Katze, Katze! Nein, Katze! Oh! Kann man einen diesen Lacker von Shufflers ausschalten, bitte? Ist ja alles Skill am Arsch, Mann! Dann mach doch mal was, Patrick! Dann mach doch mal was, Patrick! Das ist mir scheißegal, es geht ums Prinzip! Nein! Ich krieg den! Weil einzelne Sachen am Prinzip! Hey, wolltest du das Item hier haben? Ja! Verkackt, ne? Neu, warum springen die alle über mich drüber? Hallo, Patrick! Hallo! Hallo, Tommi! Tschüss! Hallo, Patrick! Ja, ja, boah! Hätte mich fast eingekästet! Scheiße! Hast du nicht geschafft? Hast du es geschafft? Ja, das ist, diese Map ist scheiße! Der Tommi ist einfach scheiße! Das liegt an ihm! Ja, mein Magenknut! Wer? Wer wird gefragt? Niemand! Ryo! 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 Die Lappen! Ist das gelaggt? Nein! 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 Scheiße! Du Lappen! Mann! Diese scheiß Katze! Dieser scheiß Katze? Ist das Katze? Ist das ein? Hey, lädt mich am Arsch! Die Katze war jetzt noch ein Leben! Sei, sei gnadenlos! Sei gnadenlos! Ich würd gern mal ein paar Kills machen! Komm zu Papa! Komm du doch zu Papa! Negativ? Äh, ach guck mal! Was? Eigerativ? Nigger? Nigger! Nigger! Hey Ryo! Das ist Pussy! Das ist ne Pussy, man! Ja, das ist Pussy! Komm her! Was? Nein! Leck mich! Warum kommst du denn da plötzlich angeschissen? Ja! Echt? Warum ist das so ein Flieg? Hey! Ihr kommt aber auch immer aus dem Nichts ange... rotzt! Boah! Was? Kannst du denn so viel zu früh gesprungen? Der kommt doch drüber! Mach mal Licht an an deinem Motorrad! Alter und Kno wie das geht! Auf L! A! Schaut mal H! Oh! Alter! Nur weil ich auf H gedrückt hab hab ich mal... Ja! Konzentriert, Alter! Mann! Ja du, was ist los? Bei mir hat sich alles aufgehangen! Haha! So, jetzt gehts wieder! Toll! Okay! Was ist jetzt los? Passwort! Passwort der Kackfilter! Ah! Was ist das denn? Nur weil ich auf H gedrückt hab, hab ich nicht auf E gedrückt! Dann wär ich drüber geflogen! Dann ist mir doch scheißegal! Wow! Alter! Fass in deine Linie, Ryo! Ja das ist ne reulige Scheiß-Map! Nein! 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 Ich bin tot! Nein! Patrick, aus! Aus! Böses Hund! Nein! Ich wollte die Buster machen! Jawoll! Scheiße! Ich hab unter diesem Feuerring voll FPS-Drops! Verrückt, oder? Und das bei dem Wetter! So, Tommy! Du hast eine Kill-Serie an Katze! Alles klar! Hä? Ich hab eine Kill-Serie an Katze! Jo, perfekt! Danke! Kein Impass! Das war klar! Nein, ich will die nicht verlassen! Na! Och Mann! Ernsthaft, dass ich da runterrutsche? Oh! Guck mal noch ein Leben, der Lappen! Nein! Hey! Bei mir springt dieses Fahrzeug ungefähr 1 cm hoch, ne? Ne! Kein Wunder, wenn man auch durch Wege fährt, alter! Das ist eine Kaze-Harte! Das zündet dich! Leute, kriegt mal Ryo! Also jetzt, jetzt, jetzt kann ich sterben! Ich kann überhaupt nicht, war ich der Erste! Ihr wisst schon, dass nur der Erste zählt im Sinne von... Ja, dann müsst ihr es schaffen! Der Rest ist einfach, ist sortiert nach Kills, deswegen werde ich letzter sein! Nein! Ihr müsst mal aus Schaflas gehen, dass wir dann... Was? Komm, kill doch Schaflas! Ich bin doch dabei! Es funktioniert nur nicht so einfach! Ich bin doch dabei! Es funktioniert nur nicht so einfach! Hey, Schaflas, wie hast du das überlebt? Oh, du hast... Du Lacka, Alter! Zum Scheiß Jump! Der Typ hat aber auch ein Glück am Arsch, ne? Ja! Ja! Huh! Ich kesse mich selber fast ein! Macht Schaflas auch immer! Nur, dass der wieder rauskommt im Gegensatz zu mir! Ja, Schaflas kommt immer raus! Auch aus dem Gefängnis, was? Oh, Junge, diese Feuerbring! Ich bin tot! Alles klar! Ja, fick die Henne! Fick die Henne! So, Tommy! Schau wieder, nur wir zwei und ich werde wieder letzter! Ich liebe es! Du liebst jetzt? Ich sagte, ich liebe es! Was? Ich fahre ganz langsam! Ich hasse dich dafür! Ich fahre meine eigene Spur noch! Oh, Mann! Zu spät! Scheiße! Alter, easy! Ich fahre jetzt für Deadline 1! Ne, das hatten wir schon! Ja, das war aber ne schöne... Ja, dann nennen wir 28. So! Was ist für die heutige Folge? Drückt einen Daumen rum, wenn es euch gefallen hat! Und wenn ihr neu auf den Kanälen seid, ein Abo würde uns natürlich... Ich bin nicht letzter! Ein Abo würde uns... Alter, das ist 12 Kills! Insgesamt 25 Kills und 10 Tote, Alter! War's das? Das muss man mir erst mal nachmachen, ey! So! Ich würde sagen, guckt in die Videobeschreibung! Da ist der Link zum Bleibestalt dringend! Guckt doch in die Videobeschreibung! Wegen meiner Social Media Plattform, sprich Instagram, Facebook und Twitter! Da könnt ihr mir gerne folgen und auch schreiben natürlich! Ich würde sagen, danke fürs Zusehen! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Ade! Adios! 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 Adios!